Hallo, hier spricht der Manner Lortlechner von Austria Wien. Ich begrüße euch recht herzlich im Trainingslager in der Türkei. Wir sind alle super angekommen und der erste Tag ist auch gut verwahren gegangen. Gestern Abend gab es ja dann noch eine Mannschaftsinterne Sitzung. Da gab es eine Briefwahl zum Kapitän und ich bin sehr, sehr stolz, dass die Wahl auf mich gefallen ist. Es ist eine Riesenauszeichnung, das hätte man eigentlich auch nie gedacht als kleiner Fußballer früher. Ich bin super happy darüber. Ich werde es sicher alles dafür geben, dass ich niemanden enttäuschen werde. Ich versuche als Vorbild voranzuschreiten, so wie ich es auch vorher gemacht habe. Ich freue mich riesig schon auf das Frühjahr, denn ich denke, wir haben noch einiges vor. Ich glaube, in der Mannschaft steckt auch ein Riesenpotenzial und ich denke, es ist noch sehr, sehr viel möglich. Drückt uns auch die Daumen, kommt alle ins Stadion und liebe Grüße aus der Türkei. Jetzt geht es ab zum Training.